floda muss mir aber mit bisschen mithelfen weil arze war auch bei mir übernommen und das übernommen er sich das war halt nicht dran ob man daran ich muss euch echt nirgendschen und heute soll ja erneut werden welche welche auch da welche meine fresse ich glaub's nicht konzentrationsschüler ich bin übernommen Übernommen. Ich kann Tore nicht heilen. Shockwave. Ja, ich bin in... Noll, ich bin jetzt im... Lass Solarbeam bitte weg. Ja, ich komm nicht raus. Ich kann dich nichts machen. Noll. Ich konnte auch noch weiterheilen im Solarbeam. Ich hab dir eine Ruße gegeben, was ich schon angesagt war. Ich war im Solarbeam und als ich wieder draußen war, konnte ich mich trotzdem nicht weiterheilen. Also ich konnte heilen. Ich nicht. Ich weiß es, ich konnte es nicht heilen. Ich hätte schon keinen Scheiß erzählen. Raus aus dem Feuer. Die Elts kommen. Elts sind nur vier Stück. Übernommen. Übernommen. Luriel, immer noch übernommen. So, noch die Elts kommt. Weckicken. Er ist halt scheiße, wenn ich übernommen bin, hoff die Falle nicht. Das ist RNG, ne? Bad Luck. Ich brauch keine da weg bisher, keine Ahnung. Wird wunderbar. Sonst use ich's für mich. Ich hab mal noch mal noch verloren. Also irgendwann gleichwertig's brauchen, aber noch nicht. Übernommen. Ich bin immer noch übernommen. Ich bin immer noch übernommen. Jungs, ey. Ja, ich benutze den Dolabin jetzt nicht. Ja, aber keine Ahnung. Wir haben so viele Interrupts. So was passt mir gar nicht. Ja. Toro, bitte sag an, wenn es Sport ist. Jetzt brauch ich in der Welt. Ist das mit der Wachsamkeit nicht mehr, wenn die Oktobo liegt, dass sie den Sport mal reinhauen. Ja, aber, ja, das Ad ist hier nur... Ja, jetzt hat's auch noch eine AE-Cast durchgekriegt. Jetzt ist schon wieder was. Das konzentriert euch halt. Ähm, vielleicht jetzt noch wieder. Wartet doch mal bei dem Ad, dass der ein bisschen Anrohr hat. Mein Control. Ja, wir können nicht warten. Das Festering-Blood kommt jetzt auf. Wir sind zu lange dran. Immer noch, immer noch. Also mit 2Header geht's wunderbar, wenn wir jetzt einen nur im vernünftigen DD-Spec haben. Ja, nur Toro und Lab kriegt echt gut rein gerade. Ich krieg die Leute gar nicht hoch. Achso, wieder Boss, oder was? Fax, oh, Nuketho. Nee, und Boss. Das ist übernommen. Kann ich. Wenn ihr kurz ansagt, welcher Träger nimmt, das Ad, dann kann ich euch jetzt auch so schießen. Feuer! Bis nach links. Bis nach links. Headcom, I'm a turbo-spotted. Headcom, I'm a turbo-spotted. Headcom, I'm a turbo-spotted. Headcom, I'm a turbo-spotted. Du solltest doch schon rausgehen, du wirst wieder getroffen, ich weiß nicht, du wirst die ganze Zeit nicht mehr sehen. Jetzt kommt. Ich habe noch eine zweite Falle. Sonne ist drauf. Ja, du musst mir helfen. Ich klicke zurück. Ich bin wieder übernommen, die zweite Falle kommt nicht. Hast du denn da, wait ready? Nein. 35 Sekunden. New Boss, New Boss. Wie viel Prozent sonst hellen, oder? 25 Prozent so. Mach hellen, Tom. Mach einfach rein. Mach rein. Ach, 35. Das ist 35, das kommt nicht. Er sagt ein 25. Weiß nicht, was das soll. Nuke den halt jetzt einfach, dann passt das auch. So, jetzt kommt noch ein Add. Kommt noch ein Add. Ich übernomm, übernomm, ich kann nicht heilen. Das Add. Ich hab... Nicht unter 25 Prozent jetzt wollen. Weg, 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 weg. Ich brauche Dispel. Ja, danke. Ich brauche einer, wait. Passt. Da kommt unser Dings runter. Phase 2. Jo, haut das Add noch um. Ja, ist geil so. Das war super so. Also... Ja, das ist perfekt. Das despawned jetzt. Jetzt geht auf die Tentakel. Muss ich nochmal? Gleich. Ja, müsst ihr immer noch. Müsst ihr immer noch. Jetzt. Flora, kümmere ich mich mal kurz um die Nenks. Ich mach ihm einen Lightbloom rauf, wie bei. Ich denke, der Lover C ist... äh, C bis 8. Flora, du bist in der Welt. Danke. Ich mach Gelassenheit. Du hast nur einen Tentakel. Gutes Lüchter. Tentakel. Ich probiere jetzt, kannst du Gelassenheit machen? Jo, Gelassenheit ist drauf. 6% Ich bin, ich bin oben. Gottes Rinder? Gottes Rinder? Ja, Rinder auf jeden Fall. Aber ich bin auch oben. Mana Pod, hab ich noch geschluckt jetzt. Vielleicht ignorieren die Ads und durchziehen? Ja, zieh durch, zieh durch. Zieh durch, zieh durch. Zieh durch, zieh durch. Turo, Tink zieh dies, Tink zieh dies. Ich hab... Eleon Hand. Komm, komm, der ist da und nicht da und nicht da und nicht da. Der liegt... Ja! Ja! Nice! Fett, nice Jungs! So ist er, perfekt. Ja, nice! Mein Schultern, Zweier-Bonus ink, oder was? Ja! Für mich, Kollege. Für mich. Zweier-Bonus ink, oder? Mein Zweier-Bonus ink, oder? Mein Zweier-Bonus ink, oder? Mein Zweier-Bonus ink, oder? Fuck yeah! Sauber, ey! Korrekt! Tobi, wir beide? Für Feral? Ja! Machen wir mal so schönen Biss-Screenshot hier? Schlaa! Fick dich, Turo! Jungs, mach mal... Gender-Augustellen! Hier, alle hier hinten in das Maul stellen, oder? Da liegt er so schräg davor. Nee, hier fliegt... Das ist gut. Der müsste mir nicht mehr so sein, oder? Das ist gut. Zettel ist eine Auslegung. Oh, was das ich hier? Das ist gut. Vielen Dank.